Servus, ich bin Maximilian Kofler, komme aus Österreich, komme aus Atenang-Buchheim und bin 20 Jahre alt. Am meisten taugt mir der Speed der Zweikampf, dass es so knapp runter geht, dass man die Übung ausfahren muss und dass man einfach kämpfen muss, dass man vorne ist. Zu meinen Stärken zählt normalerweise das Bremsen oder das harte Gas aufmachen. Für nächstes Jahr müssen auf jeden Fall Punkte herkommen, die Konstanz muss besser werden. Wir müssen ständig dort sein, wo wir sein können und nicht mal dort, mal da. Klar ist der Wunsch und Ziel für jeden Mal, mal Weltmeister zu werden und es war immer das Ziel in die Weltmeisterschaft zu kommen. Jetzt ist das Ziel irgendwann Weltmeister zu werden und ich werde alles dafür geben. Man muss immer die Augen am Ziel haben und das ist MotoGP. Vielen Dank an alle Sponsoren, danke, dass es hinter mir steht, dass es mich unterstützt und hoffentlich können wir in nächster Zeit gemeinsam bessere Ergebnisse einfahren und eine gute Zukunft haben. Vielen Dank.